Herzlich willkommen im Reisebüro Schmetterling, Annette Krüger. Der Urlaub ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Deshalb ist es gut, wenn Sie im Hinblick auf Reiseangebote einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite haben, der Sie kompetent berät und zielorientiert bei der Buchung unterstützt. Wir, die Reisebüro Schmetterling, Annette Krüger GmbH, sind der richtige Anlaufpunkt wenn es um Ihren Urlaub geht. Wir sind selbst passionierte Weltenbummler und stehen Ihnen gern mit Rat, Tat und Kundenfreundlichkeit zur Seite. Gern können Sie uns in Lachendorf besuchen oder telefonisch Kontakt aufnehmen.